Ach Quatsch! Da geht's nämlich um keinen geringeren als Mr. Michael Jackson! Mr. Michael Jackson! Und jetzt haltet euch fest! Vor zwei Wochen trafen wir Michael höchstpersönlich kurz vor seinem Auftritt in Frankfurt in seinem Hotel! Mein Gott, wie aufgeregt wir da waren, das kann ich euch gar nicht beschreiben, es war tierisch! Also jedenfalls vor dem Hotel hunderte, was heißt das, hunderte, tausende von Fans und wir im Hotel! Mitten drin bei Michael, stellt euch das mal vor! Und mit uns dabei waren der Präsident von Pepsi Deutschland, der Herr Schlebrowski und fünf Kinder aus Frankfurt, Bim-Bam-Bino-Kinder, Bino! Ja, und die haben extra für diesen Tag Michael ein Bild gemalt, wie sie sich eine bessere Welt vorstellt! Moment mal! Hast du das erste dabei, Lucy? Sie ist der neue, ist von Sascha und er möchte sich eine Welt mit weniger Müll! Ich habe auch ein Bild, dass es das Grund ist, das ist von der Julia und sie hofft auf eine Welt, in der es keinen Rassismus mehr gibt! Wie man sehen kann, schwarz und weiß reichen sich die Hände! Und Bild Nummer drei ist von Raul, das ist dieses hier, und er möchte, dass es keine Kriege mehr gibt, so wie zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien! Und dann habe ich ein Bild von Christina, das finde ich besonders schön! Das heißt, hungernde Menschen brauchen Nahrung und keinen Krieg! Aber schön sind sie alle, das muss man schon sagen! Bino, du hast das letzte? Ich habe auch noch eins, das letzte! Das ist von der Jong-Eun und sie wünscht sich eine Welt mit Blumen und fröhlicher Kinder! Ja, und all das samt der Scheckübergabe fand also vor Michael Jacksons Augen statt! Und wie das Ganze ablief, das seht ihr jetzt! Hallo Michael Jackson, wir sind sehr glücklich und stolz, dich zu treffen! Oh, ich bin sehr nervös! Oh Michael, ich liebe dich! Ich versuche immer deine Lieder auf meinem Keyboard nachzuspielen! Ja, und ich versuche sie nachzusingen! Aber sehr schlecht! Oh ja, ich bin da! Psst, hältst du die Klappe? Oh, diese Tiere! Entschuldige, Michael! Im Namen von Tele5s Kinderprogramm Bim Bambino und Pepsi Deutschland danken wir dir für deine Musik, wir lieben sie alle und für deine Wohltätigkeitsarbeit auf der ganzen Welt. Besonders für die, die kein Sprachrohr haben, die Kinder. Meine Freunde, Lucy, Bino und die Bim Bambino Kinder bedanken sich vor allem dafür bei dir, dass du die Heal the World Stiftung ins Leben gerufen hast. Was? Ach, die Bilder! Also, Michael, die Kinder, die mit uns für Bim Bambino arbeiten, haben dir einige Bilder gemalt, um zu zeigen, wie sie sich eine bessere Welt vorstellen. Ich hoffe, sie gefallen dir! Okay! Ich wünsche mir weniger Müll auf dieser Erde. Ich habe das Bild gegen Rassismus gemalt. Ich will keinen Krieg in Sarajevo. Hungernde Menschen brauchen Nahrung, keinen Krieg. Ich wünsche mir eine Welt voller Blumen und fröhlicher Kinder. Habt ihr gut gemacht, Kinder. Dankeschön! Das war für euch! Danke, Michael! Danke, Martin! Danke! Auch von meiner Seite nochmals herzlich willkommen in Frankfurt. Du wirst dich sicherlich noch daran erinnern, dass wir in München bei der Welt sich tausend Luftballons aufsteigen ließen. Und wir haben dir versprochen, für jeden dieser Ballons eine Mark an Heal the World zu spenden. Tele 5 war so freundlich, 10.000 Mark dazuzugeben. Und somit können wir dir heute die stolze Summe von 40.000 D-Mark in Form eines Schecks für deine Heal the World Stiftung überreichen. Der Schack! Der Schack! Der Schack! Der Schack! Sorry, Michael! Der Schack! Die Kinder! Die Kinder! Lucy! Die Kinder! Oh, ich bin so sorry. Yes, der Schack! Das ist es. Die Kinder! Schack ist gekommen! Bravo! Novo! Thank you. Bye-bye, Michael. Bye-bye, Michael. I love you. We love you. We love you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Michael. We love you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017